Ross-Operation. Was ist das? Eine Ross-Operation ist ein Aortenklappenersatzverfahren, bei dem die körpereigene Pulmonalklappe, also Lungenschlagaderklappe, verwendet wird für die Aortenklappe und die wiederum ersetzt wird durch eine Spenderklappe. Für welche Patienten? Im Grunde für alle Patienten bis zum 60. Lebensjahr, also in Erwachsenenherzchirurgie von 18 bis 60. Welche Vorteile? Der Hauptvorteil oder die beiden Hauptvorteile sind im Grunde die erhöhte Lebenserwartung, die der Normalbevölkerung entspricht und die erhöhte Lebensqualität gegenüber normalen Klappenersatzverfahren. Vielen Dank.